Servus, Mario aus Thailand Bataia. Heute aus der Walking Street. Gehen wir mal eine Runde. Auf geht's Leute, schauen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Es sind sehr viele Go-Go-Bus. Das ist eine Seitenstraße jetzt von der Walking Street. Da kommt man dann bei der Second Road wieder raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kommt man dann bei der Second Road wieder raus. Wir schauen aber jetzt da noch die andere Seitenstraße rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist ein Hotel hier. Hier geht es wieder in die Walking Street. Hier geht es wieder. 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 Hier ist es. Hier geht es. Hier geht es. Hier geht es wieder. Hier ist das Marine Hotel. Hier ist es. Hier ist es. Hier geht es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist. Hier geht es. 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 wir warten die taxis mit den taxis fährt man hier zum chomptien nach chomptien geht es hier mit diesen taxis die warten bis das taxi voll ist und dann wie zb dieses hier gegenüber jetzt man sieht dann wird gefahren kostet glaube ich auch nur 10 oder 20 watt pro person und sitz ja wie gesagt hier ist wieder die kreuzung wo es links an die beach route geht und eben zu der walking street ja 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 Das war's für heute. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen, recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals, vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben, die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos, gebt mir bitte ein Like auf meine Videos, Leute, ihr seid absolut mega spitze, tschüss, servus, Mario aus Thailand, Badtaya, tschüss.